Ich wende mich heute mit einer wichtigen Botschaft an euch. Das heißt also, meine Devise war früher zu DDR-Zeiten, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Und eines kann ich euch sagen, meine Ziehtochter, die Angela, die hat es eins zu eins übernommen. Und ich sage euch eins, der Klassenfeind, also die Bundesrepublik Deutschland, die wird in Kürze sozialistisch sein. Da gibt es kein Aufhalten. Ich beobachte das von oben und glaub mir, die Angela erfüllt ihren Auftrag bestens.